Herzlich willkommen zu den Top 100 Buchtipps. Dominik Goya mein Name. Neben mir seht ihr meinen Buchkoffer und ich stelle euch Woche für Woche meine Top Favorite Books vor. Heute geht es um ein Buch und da gibt es um eine total spannende Geschichte, nämlich was ist wirklich wichtig im Leben und wie kann ich die Dinge, die wichtig sind in meinem Leben, möglichst dann genießen, wenn es auch noch Sinn macht, sie zu genießen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich in meinem Leben geplant habe, was weiß ich, einen Tandemsprung zu machen mit einem Fallschirm, dann macht es meistens mehr Sinn, den noch in jüngeren Jahren zu machen, als wenn ich den erst mache, wenn ich 70 oder 80 bin. Oder natürlich eine Fernreise nach Asien, da ist natürlich die Widerstandsfähigkeit geringer, wenn man einfach schon im hohen Alter ist und es macht mehr Sinn, so eine Reise noch in jüngeren Jahren zu machen oder vielleicht in der Lebensmitte zu machen. Und sich das bewusst zu machen, mal dieser Perspektivwechsel auch, wann sollte ich eigentlich was machen, was so auf meiner Bucketlist ist. Darum geht es in dem Buch und es wechselt die Perspektive und zwar insofern, dass es in dem Buch wirklich darum geht, diese Erlebnisse, die man gerne noch machen möchte in seinem Leben, dann einzuteilen, wie ich es schon gesagt habe, zu dem Lebenshalte, aber zum anderen auch das Geld und die Finanzen genau danach zu planen. Weil was passiert sonst? Und das ist was, was ganz vielen passiert, besonders hier im Schwabenland, wo ich wohne. Da gilt ja wirklich dieses Motto, schaffe, schaffe, Häusle baue. Und dann, was passiert dann? Dann hat man verschiedene Möglichkeiten. Entweder man hat Kinder, vererbt das Ganze oder andere Verwandte, die man es vererben will. Aber die Frage ist, wann ist der Zeitpunkt im Leben, sich zu überlegen, okay, ich gebe jetzt tatsächlich auch bewusst mein Geld, was ich dort angehäuft habe, aus. Weil ansonsten passiert genau das, was hier ganz, ganz viele machen, besonders im Schwabenland, nämlich sie häufen an, häufen an, häufen an, sind irgendwann 60, kommen irgendwann in Rente mit 67 und dann, dann ist die Rente da. Dann haben sich viele Leute ganz, ganz viel vorgenommen, wollen ganz, ganz viel machen, aber dann sind da Dinge dabei, die man gar nicht mehr realisieren kann in dem Alter, weil es vielleicht die Gesundheit nicht mehr zulässt, weil man vielleicht so eine Asienreise einfach nicht mehr macht mit 70, 80, weil dann entsprechende Gebrechen da sind. Im besten Fall geht es einem natürlich top, aber oft ist es dann einfach so, dass man natürlich nicht mehr voll leistungsfähig ist. Und dann hat man jede Menge Vermögen, hat vielleicht nicht mal Kinder, die man es vererben kann und dann wird einem zack plötzlich bewusst, hätte ich das nur mal früher gemacht. Hätte ich nur mal früher in meine Erlebnisse investiert. Genau um das Thema geht es in dem Buch. Autor Bill Perkins, 2020 ist die englische Ausgabe erschienen, jetzt 2021 auch hier die deutsche Übersetzung erschienen und ihr seht hier den Buchtitel auf Deutsch heißt er Lebe ein reiches Leben, statt reich zu sterben. Und das ist natürlich bezogen, auch ein bisschen plakativ hier ausgewählt, aber das ist natürlich bezogen auf das Vermögen, nicht auf das, was du erlebt hast im Leben. Untertitel So machst du das Beste aus deinem Geld und deinem Leben. Der englische Titel, der ist noch deutlich kürzer und bringt es auf den Punkt Die with Zero Das ist natürlich der Extremfall, aber es geht tatsächlich genau darum, nämlich alles davor geregelt zu haben. Das bedeutet, es macht doch viel mehr Sinn, mir zu überlegen, auch wenn ich Kinder habe, es dann zu vererben oder zu schenken, je nachdem, was möglich ist, was Sinn macht auch, wenn es die Kinder am nötigsten haben. Ich meine in dem Fall, wenn zum Beispiel jetzt das Haus ansteht, in das sie investieren oder vielleicht die Eigentumswohnung ansteht, in das sie investieren und vielleicht sind die Kinder dann 30, 40 und man selbst ist vielleicht noch gar nicht im Rentenalter, aber dann macht es doch Sinn, dann diese finanzielle Unterstützung denen zugutekommen lassen. Und gleichzeitig hat man dann für sich auch diese Themen geregelt und kann schauen, okay, in welche Erlebnisse will ich denn noch rein investieren mit dem Vermögen, was ich habe. Und dann das sich wirklich einzuteilen. Was will ich machen in dem Alter 40 bis 50? Was will ich machen mit 50 bis 60? Und dann aber auch schon bewusst in die Erlebnisse rein zu investieren, weil das ist was, was man vielleicht dann eben im Rentenalter nicht mehr macht. Genau den Tandemsprung, den Fallschirmsprung oder die Fernreise. Darum geht es in dem Buch. Und was mich fasziniert hat, ist tatsächlich, auch wenn es so logisch eigentlich klingt, dass ich mir selbst auch noch nie diesen Perspektivwechsel verinnerlicht habe, dass ich wirklich sack. Und das spiegelt ein Kapitel ganz gut, auf was ich jetzt hinaus will, nämlich, ich schaue mal kurz, wie sie ihr Geld ausgeben, ohne tatsächlich vollkommen bei Null zu sein, bevor sie sterben. Da zeigt er auch Möglichkeiten auf, der Autor, was man natürlich machen kann, wenn man sagt, okay, ich will jetzt wirklich das, was ich hier an Vermögen habe, auch bewusst Stück für Stück ausgeben, weil ich bekomme, habe es zum Beispiel im ETF-Sparplan drin, sonst was, bekommen 6-7% dieses Jahr und wenn da 100.000 liegen, dann werden aus den 100.000 jedes Jahr 6-7.000 Euro mehr. Und dann ist die Frage, ab einem gewissen Zeitpunkt, kann ich überhaupt noch dieses Geld ausgeben, bevor ich sterbe? Und wenn ja, dann will ich natürlich auch, weil ich nicht weiß, wie lange ich lebe, eine Variante haben, dass ich wirklich weiß, okay, mir reicht das und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man vorgehen kann. Und genau das ist in diesem Buch hier erläutert, also meine Top 100 Buchempfehlung, kompletter Perspektivwechsel, lebe ein reiches Leben statt reich zu sterben, so machst du das Beste aus deinem Geld und deinem Leben von Bill Perkins. Absolutes Top-Favorite-Book. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen, viel Erfolg natürlich und du findest wie immer unten verlinkt genau dieses Buch drinne und noch eine kleine Kurzbeschreibung. Wenn es dir gefallen hat, gerne Daumen hoch lassen, gerne auch dieses Video teilen oder abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Es freut mich, dass du Woche für Woche am Start bist und wir sehen und hören uns wieder zur nächsten Top 100 Buchempfehlung. Alles Gute, dein Dominik. Ciao, ciao. 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 Ciao.